Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Warp in der Gegenwart mit dem Sachsenlettsplayer und dem Pixelspaß. Hallo, hallo. So, es geht weiter. Wir wollen versuchen, wieder irgendwie ein paar Quests zu erfüllen oder sonst was. Sind auch aktuell die einzigsten auf dem Server. Das heißt, Pixel, du musst heute nicht ganz so sehr aufpassen, außer natürlich vor den Monstern. Wo gehst du da gerade hin? Ne, mein Haus. Ach ne, der Sachse war das, der da weggegangen ist, ne? Äh, keine Ahnung, aber es ist dunkel. Ich bin auf jeden Fall vorsichtig an eurer Stelle. So, gut. Ich bin erstmal im Häuslein. Jetzt muss ich nochmal ein was schauen. Und zwar, ich habe ja eine Pure Daisy. Ähm, schlafen legen war ja nicht, ne? Das hat ja nicht funktioniert, glaube ich, ne? Ne, wenn man zu dritt online ist, glaube ich nicht. Ich habe mal gehört, dass wenn nicht jeder im Bett hat, das sowieso nicht funktioniert. Ja? Hm. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich hier ins Wasser wollte, übrigens. Irgendwie wollte ich da ein bisschen nach unten bauen. Ja, hier ist gerade kein Wasser mehr drin. Ähm, gut. Das ist alles katastrophal hier. Muss ich erstmal generell überlegen, wo ich hier das letzte Mal stehen geblieben bin. Mir geht nämlich auch langsam die Nahrung aus, wenn ich ehrlich bin. Da würde ich mich gerade noch welche fragen. Ähm, das kannst du gedroht. Leiter, muss ich verneinen. So, warte mal. Jetzt müsste es halt nochmal irgendwie ein bisschen Tag werden. Ich hoffe mal, dieses hässliche Kack-Skelett ist jetzt endlich weg. Dass dir die ganze Zeit rumgegeistert ist. Jetzt habe ich ein Toiletür. Was ist denn das? Deiner-Bone? Der läuft auf dem Kack! Wie geil ist das denn? Der läuft auf dem Kopf! Ja, Dinner-Bone, das ist doch einer der Entwickler. Und der läuft immer auf dem Kopf, wenn so einer heißt. Also du kannst auch eine Kuh Dinner-Bone nennen und dann läuft die auf dem Kopf. Okay, krass. So, was ich jetzt aber eigentlich machen wollte ist... Ey, was machst du hier drin? Feining, Alter, ist nicht dein Ernst, oder? Mach die Tür wenigstens wieder zu. Lässt er hier einfach meine Tür auf. So, warte mal. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen weiter bauen. Das hat nämlich erstmal ganz kurz Priorität. Hast du den Fackeln? Ja. Ja. Ja, ich kann. Warte mal, ich nehme sie mir. Nein, weil die hat es bei mir. So, dann erstmal hier. Zack, zack, zack. Erstmal hier irgendwie so einen schönen Garten machen. So, dann bräuchten wir auf jeden Fall ein paar Stiggis. Tür wieder zu. Ich glaube, Holz hat man ja, ne? Holz, Holz, Holz. Genau, habe ich noch Sticks? Ne, weiß ich nicht. So, wisst ihr, ob man Fend, ob man die irgendwie ver-, also, ähm, schüsseln kann? Was? Fends, kann man die schüsseln. Aber Fends, glaub nicht. Glaubst nicht. Es ist wieder supergeil, ne? Es steht dieser komische End vor meiner Tür und ich komme nicht raus. Kommst du nicht raus? Ne. Okay. Und ich habe kein Holz mehr und kein gar nichts. In dem Fall heißt es warten. Ja. Oh Gott. Ich hoffe mal, oh Gott, wo ist der hin? So, das reicht ja eigentlich erstmal hier so halbwegs, oder? Ist das jetzt eigentlich mit meinem Haus? Naja, gut, warte mal. Dann könnte ich ja den Weg, könnte ich ja quasi noch weiterbauen. So, äh, dann müsste ich mal hier, what the fuck, what, wo, 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 Alter, so ein paar fiese Vollpfosten. Es war schon wieder so knapp hier, diese, diese, welche sind das? Sind das die Wehrwölfe oder was das ist? Boah, Alter, ey. Sowas Gemeines. Ich gehe lieber nicht hier raus, weil die Squids schießen ja auch. Alter Schwede, es gibt's gar nicht. Wie ist denn das jetzt? Mal eine Frage. Frag mal. Jedes Gebäude ist safe, richtig? Richtig. Wenn ich jetzt einen riesigen Keller aushebe, dann gehört der doch zu meinem Gebäude. Richtig. Nice. Eigentlich schon, ja. Gut. Klar, doch nicht. Ja, dann weiß ich, was ich jetzt mache. Ach so. Ich habe da nochmal Bedrock. Wie bitte? Was Bedrock war? Na, Grundgestein. Bedrock ist das Grundgestein unten. Tiefer geht's nicht. Ende der Welt. Das geht auch nicht kaputt, also das kannst du nicht so stürmen. Ja, ich merke es gerade. Komisch. Hast es kaputt gemacht? Schlecht. Was? Nö, 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 nö. Hat es mal gewonnen. Bist du so tief unten? Ähm, ich glaube, ich bin auf Ebene... Das wird aber auch nicht hell, ne? Das ist sinnlos, ist das. Ebene 95 bin ich. Ebene 95, okay. Mache ich jetzt was anderes. Noin. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen. Ja, klar. Immer so. Minecraft. Hups. So, so. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Das ist ein scheiß Quitz, ey. Wo sind die so? So, ich brauche auf jeden Fall noch einen Buschen Holz. Okay, das sollte eigentlich erst mal reichen. Sehr schön. Ähm, so. Jetzt bauen wir erst mal uns noch einen Buschen Holz. Beziehungsweise, was wir jetzt machen können, das ist natürlich auch, hab ich Bedrock. War, ähm, wisst ihr, ob man diesen Living Stone... War das, ähm, also ihr wisst, was ich meine, hier mit dieser Pure Daisy von, ähm... Ja, du weißt schon. Ja. Ähm, Living Stone herzustellen, war das vonnöten da, äh, normales Gestein oder richtiges Gestein? Also, Cobblestone oder, oder hier diesen... Ich glaube, Cobble. Okay. Du musst das jetzt theoretisch eigentlich... Oh, Jana sagt Green Stone. Clean Stone? Ja. Oceana gerade so mit neben dir? Ja. Oh, das ist super, wenn es gerade um Botania geht. Das ist eine sehr gute Idee. Clean Stone, definitiv, ja? Ja, sagt sie. Okay, nice. Kein Problem, machen wir acht Clean Stones. Oh, und es wird einfach nicht Tag, ey. Diese Faggates hier, die gehen einfach nicht weg, ey. Es ist zum Heulen, ist das. Ah, jetzt geht die Sonne hinten auf. Superiör, Superiör. Du musst nämlich ein bisschen Holz sammeln. Du musst hier noch weiter bauen. So, warte mal. Wenn das nämlich zum Weg gehört, dann kann ich mal ganz kurz schauen, ob der jetzt hier... Ah, wen haben wir denn hier? Kuckuck. Hehehe. Ey, bleib doch hier. So. Ey, der steht immer noch vor meiner Tür, ey. Das Hotel, Leute. Ja. Oh, creeper. Trink mir nur nichts. Vier Skelette, die ich von hier sehen kann. Und dieser End. Der ist echt sau fies. Ja. So. Das brutzelt gerade noch durch. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich habe nämlich jetzt ein ernstzunehmendes Problem so langsam. Und das heißt, Nahrung. Allerdings, überlege ich gerade, ob hier irgendein... Oh Gott. Rare Cat, ey. Das ist... Die hasse ich wie die Pest, ey. Aber ich komme auch nicht ran, ne? Scheiße. Aber so, die Rare Cat verwandelt sich doch in einen normalen... Äh, äh... Einwohner wieder zurück, wenn es Tag ist, oder? Ich glaube nicht. Was? Ich war das letzte Mal schon rumgerannt und hat sich nicht verwandelt. Ja, genau. Jetzt funkelt der Stein so. Oh, wie geil ist das denn? Das funktioniert. So, dann baue ich das mal hier lieber noch aus. Und da kommt ein Creeper. Du explodierst bitte woanders. Das wäre sehr nett. Okay, nice. So, warte mal. Jetzt habe ich das, 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 das. Äh... Hier haben wir noch Slaps. Das ist nice. Und wir erstmal den Weg noch fix fertig bauen. Dann ist das nämlich alles wieder schön miteinander verbunden. Keiner kann nöhen und meckern. Und alles passt. Fuck. Okay. Ja. By using magic? Ja, ich habe nichts gesehen. Es stand nichts mehr rum. Pussekuchen. Wie, äh, du hast nichts gesehen? Es stand nichts mehr rum? Na, es war keiner mehr vor meiner Tür. Aber trotzdem hat es mich dann von hinten gemetzelt. Okay. Mach dir nichts draus. Lobius ist, glaube ich, in den ersten drei Folgen 14 mal gestorben. Und ich glaube, Erinnerungen kriegst du nicht abgezogen, wenn du in der Dingswelt hier stirbst. Okay. Nur in der Gegenwart halt, ne? Ähm, äh, Vergangenheit. In der Vergangenheit, ja. So, jetzt gucken wir mal, was wir schön aus Cherry machen können. Ah, okay, da gibt es ja wieder diese tausende Rezepte, ey. Das ist natürlich heftig. Von Pams Harvestkraft, ne? Ja. Ein Snowball. Ein Cherry Smoothie or Nice? Brauchtig nur ein Chooser. Honey oder Schoko. Warte mal, habe ich Schoko? Ah, da geht er, kommt er hier rein. Mach weiter dran. Ah, ey. Honey oder Schoko. Ah, ich habe noch einen. Da habe ich schon eins. Salz habe ich. Cine or Berry, das bringt mir gar nichts. Ich muss irgendwo klauen gehen, ey. Also nicht klauen, sondern, ja, das war jetzt wieder total falsch gesagt. Aber wenn ihr irgendjemand, nee, wenn ihr irgendjemand ein Feld hat oder so halt abbauen, neue Anpflanzen. Aber hat hier auch niemand, oder? Na ja, gut, egal. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Holz gleich mitnehmen. Ich finde es gerade etwas schwierig mit Essen, wenn ich ehrlich bin. Und Apple. Spruce Wood, nice. Wie sieht es bei euch mit Essen eigentlich aus? Ich kämpfe gerade. Ich kämpfe gerade. Oh, nice gewonnen. Los geht eigentlich. Mit Essen so. Scharf. Ist ja aber auch keiner, mein Dings hat, irgendeine Farm oder sowas. Das wundert mich. Oh, komm, mache ich jetzt. So, hier, das soll ich auch noch gleich mitnehmen. Bei 8 Holz brauchen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir erstmal das Achievement. Und dann, ähm, ja, haben wir auf jeden Fall wieder eine Quest fertig. Yay, ich bin raus. Mit meinen Items. Ja? Ja. Cool, nice. Das Pixel. Home, sweet home. Home, sweet home. Spawned in hier. Ah, jetzt habe ich viel Kram. Oh, hier, nice. Nice. So, hast du mal bei Dalu schön was zu essen geklaut? Das ist nice. Also nicht geklaut, natürlich. Ähm, nur ausgeliebt. Äh, ja. Du böser. Ja, ich böser. Chibi. Ja, so sieht es doch schon besser aus. Oh, da hinten ist ein Weizenfeld. Ich weiß nicht, ob ich das, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe null Ahnung, ob ich das, hm, ist ja lächerlich. Egal, nimm mal mit. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hier darf, aber wenn ich abbaue... Du hattest es mir gesagt. Ja, wenn ich, ja, wenn ich die abbaue und dann wieder das neu setze, warum nicht, ne? Das sehe ich jetzt nicht so das Problem. Was hier, Nephi. Oh, Nephi lässt die Tür auf und die mache ich mal zu. So nett bin ich nämlich. Zu gütig. Ja, und Nephi hat ja auch schon Brutania ein bisschen angefangen. Randy. Äh. Du sagst heute gar nichts. Es gibt ja gar nichts zu sagen. Es gibt immer was zu sagen. Nö. Du kannst uns ja was Neues erzählen. Was hast du am Wochenende Schönes gemacht, Randy? Warst du zufällig auf dein Gamescom? Deine. Ich habe da so einen gesehen, der sah aus wie du. Ja, das war mein Zwergingsbruder. Nö, ich bin in den Spur. Ich bin in den Bolzean. Ja, ich bin in den Bolzean. Warum bist du in den Bolzean? Ja, halt unter Wasser. Also, nicht ganz weit unten. So. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen was zu babbeln hier. Sehr gut. Oh, nice. Und unser Dings ist auch fertig. Wie geil ist das denn? Living Rock. Cool. So, direkt abbauen und dann machen wir gleich weiter. Jetzt schnappen wir uns nämlich hier Oakwood. Und da seht ihr, das wird auch schon verzaubert. Nice, 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 nice. So, und dann gleich mal hier. Ja, zapp, zapp, zapp. Na, Moment. Kann man hier eigentlich machen? Was ist das denn? Ich habe hier Secret Stone. Und? Tot. Okay, doch was. Okay. Ich habe keine Ahnung, was Secret Stone ist. Der ist von Zelda Sword Skills. Okay. So, wie komme ich jetzt hier am dümmsten mal runter? So, jetzt muss ich es irgendwie hier runterbauen. Das wird jetzt echt cool. Nein, wie geil. Was denn? Ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Okay. Was hast du denn gesucht? Wer ist meine nächste? Iron. Ach so, Iron, okay. Ich hoffe am Anfang. Ja, ich weiß. I know, I know. So, zapp. Okay, das sollte reichen eigentlich. Jetzt muss ich schauen, wie mache ich das jetzt. Muss ich doch noch mal kurz hier rein. So, dann bin ich nämlich schon mal am Wasser. Wir müssen ein bisschen aufpassen. 18,5 Minuten. 20 Stunden, Mann. 20 Stunden, Mann. Was sagst du? 20 Stunden dürfen wir. Ja. Oh. Was denn? Das war eine Lava-Quelle. Moment. Oh, ich glaube, jetzt wird es gerade echt laut. Ja, aber ich würde sagen, meine lieben Freunde, das war es auf jeden Fall erstmal gewesen. Oh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Schaut auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung. Da stehen nämlich alle Teilnehmer drin. Und lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt natürlich wie immer nützliche Tipps rein, was man als nächstes vielleicht noch machen könnte und so weiter und so fort. Das hilft immer. Und ja, wir sind erstmal raus. Bis da da. Bis da da. Bis da da. Bis da da. Okay. Bis dann. Tschüss.